Hi Leute, wir spielen heute mit euch 9er-Kärtchen. Wir haben zwar hier gerade Skippo liegen, aber 9er-Kärtchen kann man entweder mit Skyu, dem ganz normalen 9er-Kärtchen spielen, Skippo so wie wir haben und Phase 10. Mit den Karten kann man das halt spielen, weil die Karten, die benötigt werden, sind in dem Spiel. Das Spiel haben wir so mit 6 bis 6 Jahren angefangen und bis 99 Jahre oder wann man möchte, kann man das dann spielen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an mit dem Erklären. Jeder bekommt neue Karten. Meine Mutter möchte jetzt mal gucken, ob sie gemischt sind. Gut, dann mischen wir mal schnell in der Schellenweise. So, die Spieldauer dauert so ungefähr 10 bis 16 Minuten, aber es kommt darauf an, wie viele Runden man spielt und mit wie vielen Leuten natürlich. Und so, dann kriegt jetzt erstmal jeder neue Karten. Man lädt die immer so in 3er-Karten. Kommen wir, deine Karten ist heute hinten. Hey, ich hoffe, ich habe auch noch kurz kommen. So, am Anfang darf man immer, so, am Anfang deckt man hier immer eine Karte auf und darf zwei von seinem Spielbrett aufdecken. Wenn man alle Karten aufmacht, dann macht man Schluss. Und dann am Ende zählt man halt die Punkte zusammen. Und ja, also, als erstes, entweder, ja, Sarah muss anfangen mit 7. Also, was hast du gezogen? Mit 3. Die tauscht jetzt natürlich gegen ihre 10, damit sie am Ende, desto weniger Punktungen hat, desto besser ist man. Und man kann immer die Stapel, äh, die Karte vom Stapel oder die Karte vom Ziehstapel nehmen, ne? Ja. Eine 5. Ich glaube, die tue ich ja weg. Da kann man, wenn man weglegt, darf man sich dann eine, die noch zu ist, darf man sich dann aussuchen. Und sie dann aufdecken. Ich mache mal hier oben auf der Reihe. Und man darf noch hier so eine Reihe wegmachen, wenn man ja zum Beispiel hier, wenn ich hier dritte noch eine 3 habe, oder deine 3 Karten hinlege, kann ich die Karte dann weglegen und ich habe dann nur noch 5 Karten im Spiel. Das heißt, da habe ich, desto weniger Punkte man hat, desto besser ist es. Und das ist eine 2er Karte. Und gleich kommen auch noch vielleicht 2er Karten. Und diese 2, weil beim Spiel Skyu, das ist halt das richtige 9er Kärtchen. Da gibt es immer eine 2 Minus. Und wir machen einfach, dass wir so spielen, dass wenn bei uns eine 2 ist, füllen wir einfach so, als ob das auch eine 2 Minus ist. Okay, Sarah, du bist dran. Boah, ich glaube, die kommt weg. Und dann leg ich die da unten, die sind für 2. Ich kann ja auch noch 2er reinmachen. Ja. Okay. Na, 8. Ich glaube, die ziehe ich noch weg und dann leg ich hier auf. Oh Mann, jetzt kannst du die Reihe nicht wegmachen, weil hier eine 2 Minus ist. Und die macht dann 2 Minus von den Punkten halt weg. Und wenn ich die dann wegmache, kriegt Sarah die. Ja, denn, weil man kann auch welche ja vom Schlappel nehmen. Wenn ich jetzt da eine 3 Minus würde, wären die 3 Karten die 3 gleichen, wären untereinander und die 2 kommt dann oben drauf, weil das dann die andere ist. Das heißt, dann könnte Sarah die 2 Minus von den Schlappeln nehmen. Die 10 Karten. Die 12 ist die höchste Zahl. 4. Was? Ne? Ne, 11. Ne, ich komme nicht. Ne, ne. 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 Soll ich mir eine 12-Reihe machen? Äh, das kannst du weglegen. Ist er los? Nein, du bist ja kein Joker. Ich mach nur eine 12-Reihe! Oh! Nein! Ich sag, er hat eine 3 hingelegt. Jetzt kann ich keine Reihe machen, weil... Egal. Ich sag, ich muss ja eine 12... Oh! Schon eine Reihe weg. Und wenn jemand dann Schluss macht oder überhaupt gar keine Karten mehr hat, dann darf derjenige noch einmal spielen, der andere. Und dann ist dann das Spiel, die erste Runde vorbei. Soll ich gegen die 4 ein? Mama, jetzt muss ich... Für dich. Aber so eine... Also wenn man hier so 3 Karten hat, dann kann man die Reihe nicht mehr wegmachen. Oh! Ja. Ja. Ah, eine 0. Ich mach Schluss noch. Wenn ich jetzt noch eine gute Karte ziehe... Ich hab eine 2. Gut. Ich mach Schluss. Also wenn ich jetzt noch... So eine Minus oder so ziehe... Oh! Das ist mal Schluss. Oh, eine 3. Oh! Du hast noch... Du hast noch einen Versuch. Du musst jetzt entscheiden, welche zu... Die oder die... Nein? Ey! Man darf nicht gucken. Die Zuschauer dürfen... Ey! Ey! Mann! 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 Zettel und den Stift. Jetzt zählen wir die Punkte zusammen. Einfach einmal den Stapel, der so viele Karten hat. Und der Stapel einfach weg. Hier hinten. So. Ich zähle schon mal meine Punkte. Sechs, neun, zehn. Minus zwei sind acht. So, ich hab acht Punkte. Ja, glaub ich auch. Warte mal, ich hab acht und mach die Null. Das sind ja einfach null Punkte. Aber wie viele Punkte wir spielen, wäre egal. Ich glaube, wir spielen drei, glaub ich? Na bitte. So, einmal Sarah und einmal Emily. Ich habe schon fast nichts. Äh, vierzehn, siebzehn, 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 siebzehn. Zeig mal, was hast du? Nein, nein, darf ich nicht mal rechnen? Also, hier. Nein, das sind siebzehn, Sarah. Oder? Neunzex, daher sind siebzehn. Ja. Siebzehn übers vier. Einundzwanzig. Und am Ende, wenn man hat, wenn wir von denen die Punkte alle gespielt haben, so sieht es bisher der Punktestand auch. Ähm, dann zählen wir am Ende irgendwann die Punkte durch und wer dann gewonnen hat, Also die wenigsten. Und wer hat da rein? Wer hat da noch? Die hier Karten, die wir gerade eben benutzt haben, also die wir zusammengezählt haben, die mischen wir jetzt mal hier rein, weil da sind halt schon echt gute, gute dabei. Und da sind, im Start ist vielleicht nur noch wenige drin. Ja und es gibt halt nicht so viele dreien wie wir jetzt. Wir sind ja echt viele. Das ist so richtig Kult, wenn derjenige, die die Karte aufdeckt, wie die sein Leben quasi muss, weil der liegt dahin. Bitte gegen eine... Hab nicht mal so eine Geschichte. Am besten so, wenn man mit 2 Minuten gegen eine 12. Tauscht. So ein großes Feld hatte ich noch nie. Wenn ich jetzt eine 2 Minis ziehe, dann mache ich Schluss. Nein! Ich darf dann nicht Schluss machen. Mach... Kann man ja noch einen rein weg machen. Oder du tauscht doch gegen 4. Der Tipp kommt immer. Ich mache Schluss nicht. Nein! Gegen 4. Nein! Nee, gegen eine 2. Kommt, gegen eine 2. Eine gute. Eine schlechte. Nein! Was war denn in der Runde los? Okay. Also ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ja. Würde ich mal sagen. Ich habe aber dafür auch viele Nullen. Die Nullen sind ja eigentlich ungewichtig. Die Null ist nicht einfach. Äh... 2... 4... 8... 6... ... ... ... ... ... Ich habe 6 Punkte. 7... 12. Ich habe Minus 11. Ich habe 6. 1. Ich will! Sad, bitte! Wow! Soll ich meine 2 hier bitte schreiben? 2. 2. 4. Minus 11. 1. Und anann 0. In dem Spiel. So. Die Kronephi, der da rein. Könnt zu за questioned. ... Wer denkt, die gewinnt? Ein Daumen hoch für Emilie und ein Daumen hoch für Sachsen? Kommt wieder auf oben? Nein! Und wenn man einen Schluss macht, aber verliert, muss man die doppelte Punktzahl nehmen. Eins, zwei, drei. Ja, dann machen. Was soll ich machen? Einlegen natürlich. Das ist aber so gut. Egal, trotzdem. Okay, dann filmen. Ich habe minus vier. Minus drei. Ich habe vier. Was hast du? Ich habe vier. Ich habe minus drei. Soll ich mal zusammenrechnen? Weißt du, wie viel du hast? Du hast... Nein! Du hast insgesamt... ...320. 30 plus 31. Und ich habe... ...8. 8 minus drei. 5. 5 minus... äh, warte mal. 6? Ja, minus 6. Also, ganz klar... Wer hat wohl gewonnen? Sarah hat 31 und ich habe minus 6. Also... Wer hat gewonnen? Also, ganz klar... Wer hat wohl gewonnen? Sarah hat 31 und ich habe minus 6. Wer hat gewonnen? Abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Damit ihr kein Video oder Short mehr von uns verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Vorfekt!